Hey Leute, guck mal hier. Das ist der Sven, Veranstalter Mike Lüders. Kennt ihr alle? Motodrom, Spielwegstadion, halbem Mond. Da sind wir heute. Bauen alles auf. Verrückt. Morgen kommen die Jahrhunderte von Oldtimer. Also Sonnabend und Sonntag. Wir sind beide Tage da, auch wenn mal ein kleiner Schauer kommt. Das kennen wir. Aus Rieslandwetter. Also ich wünsche mir viel Erfolg und natürlich ganz besonders viele Fans. Und wenn ihr das jetzt gleich seht auf Facebook, YouTube, Instagram und Twitter, teilt das doch einfach mal. Drückt doch einfach mal den Teilen-Knopf. Kostet nix. Bestellt hier keine Waschmaschine. Also bis zum Wochenende. Tschüss.